Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem neuen SoTalk. Heute Gast bei uns ist Saskia Kübler. Sie hat es geschafft, mit einer Ernährungsumstellung und einem Sportprogramm in den letzten Jahren ganz viel abzunehmen. Über 20 Kilogramm hat sie abgenommen. Sie teilt ihren Erfolg via Social Media und versucht auch andere Leute zu begeistern und zu motivieren, so ihre Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen Saskia, danke bist du hier. Danke, dass ich hier sein darf. Genau, ich habe es gerade schon angesprochen. Bei dir hat eine grosse Veränderung stattgefunden in den letzten 1,5 bis 2 Jahren. Jetzt im Sommer ist ja die Zeit, in der man gerne wieder mehr Haut zeigt, wo man das auch automatisch auf der Strasse sieht, stellst du einen Unterschied fest, wenn du das jetzt in diesem Moment vergleichst, sagen wir mit vor 2 Jahren? Definitiv, ich würde schon sagen. Nur schon, wie ich mich selber fühle und gegen aussen, das kommt jetzt auch ganz anders an. Das merkt man auch. Wir sehen hier zum Vergleich gerade mal ein paar Bilder am Anfang, das ist ein wenig schonungslos vielleicht, aber wir sehen ja auf der rechten Seite auch das unglaubliche Resultat, also das bist beides Mal du. Links, kannst du das noch zeitlich einordnen? Was ist das etwa her? Wie lange? Das ist, also das linke muss ungefähr im 2016 gewesen sein. Ja. Und das rechte ist nachher im 2018 gewesen. Also so ungefähr. Voilà. Also eben, nicht einmal knapp zwei Jahre, nicht einmal ganz zwei Jahre. Also es sieht auch ein wenig wie ein anderer Mensch von hinten. Und du bist aber eigentlich immer schon selbstbewusst gesehen, was das Auftreten geht in den Körper. Oder hat sich das jetzt schon noch etwas verändert? Das hat sich definitiv verändert. Also ich habe es früher gar nicht so gesehen, wie ich war. Aber jetzt kann man den Unterschied sehr fest sehen. Also ich merke es auch sehr fest, dass sich das geändert hat. Was war überhaupt der Ausgangspunkt? Die Motivation, die du gesagt hast, jetzt will ich radikal etwas ändern, was dann zu dieser krassen Veränderung geführt hat? Also dort, wo ich mich dazu entschieden habe, wo es Klick gemacht hat im Kopf, war es eigentlich, wo die Vogue genau 79,9 angezeigt hat. Und zugenommen habe ich eigentlich immer, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich 60er Marken schon überschritten, mit dem jetzt 61 oder 62. Bei den 70er Marken war es wieder das Gleiche. Und ich wusste, wenn ich jetzt wieder auf 80 gehe, dann lasse ich mich noch mehr gehen. Und zu diesem Zeitpunkt musste ich auch ärztlich aufhören zu rauchen. Und ich wusste, dadurch nimmt man ja eigentlich noch etwas zu. Und ich wollte es einfach nicht mehr. Ich wollte es wirklich nicht mehr. Und dann habe ich auch meinen neuen Job angefangen. Und wir hatten ein Mitarbeiterfest und dort hat mir ganz frisch ein Mitarbeiter erzählt, in einem angetrunkenen Zustand, und ich musste aufpassen, weil ich so etwas zur Grenze zum Fetzi sage. Und das hat für mich einen mega einschneidenden Dings gehabt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, nein, ich muss es ändern. Ich will es ändern. Also das ist eigentlich nicht so ein schönes Erlebnis, wenn man sich das so vorstellt. Ist das öfter mal passiert? Also hast du das gemerkt, dass es so etwas Shaming gibt? Immer mal wieder. Aber es war mir gar nicht so bewusst. Ich konnte es auch sehr gut verstecken mit Kleidern, ehrlich gesagt. Aber sehr enge Kolleginnen oder Leute im Umfeld haben mich schon zwischendurch darauf hingewiesen. Und wo ich heutzutage auch sehr dankbar bin, dass sie es gemacht haben. Also du berühst es überhaupt nicht. Du bist zufrieden mit deinem Prozess. Definitiv. Definitiv. Ja. Was haben deine Freunde schon angesprochen? Was hat deine Familie dazu gesagt, wo du gefunden hast, jetzt muss etwas passieren? Meine Mutter ist völlig dahinter gestanden. Sie hat mich am Anfang unterstützt mit Tipps und Sachen, wie ich anfangen sollte. Dort war sie sehr stark. Und ja, die meisten anderen haben mich schon unterstützt, aber weil ich es schon oft gesagt habe, ich will aber nicht und ich mache es, haben sie es dann auch in dem Moment noch nicht so ernst genommen. Am Anfang. Nicht denken, genau. Man weiss ja noch nicht, was da rauskommt, oder? Genau. Und jetzt im Nachhinein kann man natürlich schon sagen, ja wow, oder? Und natürlich, wenn du anfängst, sieht man die ganze Verwandlung ja noch nicht. Das ist so. Einerseits basiert eigentlich die Veränderung auf einer strikten Ernährungsänderung, eine Umstellung, die du gemacht hast. Kannst du uns dazu vielleicht etwas erzählen? Was heisst das konkret? Isst du gewisse Sachen gar nicht mehr? Gibt es irgendwie einen fixen Ernährungsplan, den du daran haltest? Oder wie macht man das? Also es kommt ganz oft an, wenn ich... Am Anfang, als ich abgenommen habe, habe ich einfach mal die Ernährung angefangen umzustellen, habe auf das ungesunde Verzicht, ein bisschen mehr vom gesunden gegessen und dann habe ich angefangen mich zu informieren. Was spielt mit was zusammen? Und dann habe ich angefangen, abnimmst du ja nur, wenn du im Defizit bist. Das ist eigentlich egal, auf welche Ernährungsform du machst. Es gibt ketogene Ernährung oder es gibt intermittent fasting und überall ist einfach das Gleiche, dass du im Kaloriendefizit bist. Und für mich, bei mir, bei meinem Körper ist einfach Kohlenhydrate etwas, Brot und Teigwaren, wo ich merke, dass sich der Körper sehr verändert, wenn ich es wieder mehr zu mir nehme. Und darum habe ich bei mir einfach auf Low Carbs Gass eigentlich, also das eher verzichtet. Und habe natürlich meine Kalorien mit einer App getrackt, um alles ein bisschen im Auge zu behalten und ein bisschen wissen, wie ich esse. Genau. Also wenn du sagst, im Defizit essen, dann heisst das ja, weniger Kalorien zusätzlich nehmen, als man verbraucht. Genau. Richtig. Und damit das auch, damit man möglichst viel verbraucht, ist ja das auch gekoppelt damit, dass man sich eben betätigt und dass man mehr Sport macht. Und zu dem sehen wir jetzt auch einen kleinen Einspieler. Und zwar zu deinem Sportprogramm. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist ein sehr cooles Video einerseits. Sehr schön gemacht. Und genau, man sieht die Routine. Du hast wahrscheinlich ein fixes, ein Programm auch. Also was macht man für Übungen? Wenn machst du welche Übungen? Wie viel macht man die Wiederholungen? Vielleicht kannst du auch zu diesem Geschenk etwas sagen. Wie sieht das genau aus, das Sportprogramm? Also normalerweise, wenn ich einfach im Normaltraining trainiere, dann gehe ich einfach 5-6 Mal am Abend und Krafttraining machen. Momentan mache ich aber so auf eine bestimmte Zeit ein bisschen ein Powertraining, weil ich wieder etwas aus meinem Körper raus holen will. Und dann gehe ich 4-mal am Morgen ins Cardio auf leeren Magen und 6-mal am Abend fix trainieren. Dort habe ich dann auch so Muskelsplit, wo ich eigentlich die Muskeln in Fiefergruppen trainiere und dann das Training von A bis Z muss durchziehen. Genau. Und ist das jeden Tag eigentlich die gleiche Routine? Oder verändert sich das zwischen den Tagen? Meinst du von der Trainingsart oder von den Übungen? Ja, von den Übungen eigentlich. Ja, also es ist immer so, dass man Muskeln eigentlich so 48 Stunden zur Ruhe halten sollte. Das heisst, ich kann jetzt nicht heute und morgen genau das Gleiche trainieren. Darum ist es bei mir meistens so, dass ich z.B. am Montag den Bein, dann am Dienstag den Arm, Mittwoch den Bauch, dann wieder den Bein ein bisschen so trainieren. Genau. Hilft einem das, auch ein bisschen motiviert zu bleiben, wenn man weiss, heute ist das dran, morgen ist nicht schon das Gleiche, jetzt geht es um das? Ja, also es gibt natürlich immer so die 1-2-Trainings, die du nicht so gerne machst und die du viel lieber machst. Und das ist aber auch völlig okay, finde ich, weil du hast die Tage, wo du voll motiviert bist und bei den anderen, wo du dich wieder ein bisschen in den Arsch klemmen musst. Und ich glaube, es braucht beides. Aber ich finde alle Trainings cool. Wie machst du das, wenn es jetzt mal so einen Tag gibt, wo du findest, heute mache ich eigentlich voll nicht? Klar, man hat irgendwie, gerade wenn man es jetzt schon eine Weile lang durchgezogen hat, so wie du, und wenn du auch die Veränderung siehst, ich denke, das gibt einem schon etwas, das man nicht so schnell wieder hinwirft. Aber, was sind vielleicht die Momente, wo du sagst, wenn du zwei Stunden vorher so völlig nicht in Ruhe bist, wo du sagst, doch, an was kannst du dich dort quasi aufraffen? Also, ich merke, wenn ich mir selber tausend Ausrede überlege, warum das jetzt nicht gehen sollte. Und, ähm, dann ist es eigentlich so ein wenig wirklich der Kopf, wo man sagen, geh jetzt einfach. Und wenn du wirklich halt im Gym bist und du hast jetzt mal so einen Tag, wo du einfach, du kannst dich nicht konzentrieren oder du hast jetzt die Motivation jetzt wirklich nicht, dann gehst du halt wieder heim. Dann gibt's halt mal so einen Tag und das ist völlig legitim. Das musst du halt einfach auch erlauben. Also, du musst wenigstens gegangen sein, sag ich mir, geh hin, aber wenn du merkst, es bringt nichts, dann gehst du lieber wieder heim. Sonst machst du die Übungen unsauber und dann ist das Verletzungsrisiko viel grösser. Ist das auch vielleicht, ähm, sonst wie eine Gefahr, dass es dich plötzlich verleidet, weil du einfach dich zu etwas zwingst, das wirklich nicht geht, oder? Ich würde sagen, definitiv ja. Das kann gut passieren. Hat es während der ganzen Zeit auch mal Phasen gegeben, vielleicht ein bisschen längere oder so, oder so Momente, wo du kritisch waren, wo du gedacht hast, also, wo du kurz vor der Aufgabe warst, wo du zurückgefallen wolltest? Also, ich muss ehrlich zugeben, wo die Gyms zugesehen waren, sind Corona-bedingt. Und man hätte Homeworkouts machen und solche Sachen, dort habe ich mich ein bisschen schleifen lassen. Dort habe ich die Motivation überhaupt nicht gefunden. Und, da ist, glaube ich, auch wieder der Punkt, warum ich jetzt wieder das Programm mache, wo ich alles rausholen würde. Weil einfach, es hat mich wieder gepackt, weil ich zurückgefallen bin und weil ich nicht ganz mehr zurückgefallen möchte. Und darum, Vollgas jetzt. Also, das ist ja völlig verständlich. Es ist, glaube ich, auch legitim. Das war eine schwierige Zeit für alle. Und ich denke, gerade das Umfeld macht ja auch etwas aus, oder? Dass man bei dem Gym ist, das hilft einem extrem. Ja, definitiv. Wenn man jetzt so dein Programm sieht, dein Körper sieht, dich sieht, gibt es hier auch Ambitionen, noch ein bisschen weiter zu gehen? Also, eben, du hast jetzt schon angesprochen, du willst eigentlich noch etwas rauszuholen aus deinem Körper. Geht das schon Richtung Wettkampf, Bodybuilding oder ist das noch eine ganz andere Welt? Also, im Oktober habe ich eigentlich so ein bisschen figurtechnisch und körpertechnisch eigentlich das, was ich hätte mitmachen an einem Bodybuilder-Wettkampf das hätte auf die Bühne gehen können. Ich war kurz davor. Aber ich bin ein Mensch, der nicht ganz so gerne im Megamittelpunkt steht, so wirklich auf der Bühne und alle schauen einen an. Darum, ich sage nie, nie. Aber es ist nicht gradizimonentänes Ziel. Okay. Aber so mal so zu trainieren, als ob, um zu schauen, was man rauszuholen kann, das ist schon. Das ist schon. Definitiv. Du sagst, du hast eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt auf der Bühne. Wo du dich durchaus präsentierst, ist auf den sozialen Medien. Gut, das ist vielleicht auch etwas, das mittlerweile sowieso so etwas dazu gehört. Bei vielen Leuten. Du bist auf Facebook und auf Instagram eigentlich sehr aktiv. Du hast sehr viele Bilder. Du postest auch regelmässig. Um was geht es dort genau? Ist das auch etwas, um dich daran zu erinnern, dass du das machst? Ist das, um andere Leute wirklich zu begeistern und zu motivieren, dafür zu zeigen, hey, das ist möglich? Oder um was geht es dort? Instagram war von Anfang an das, wo ich Leute mitziehen wollte. Ich habe es wirklich gemacht, um Leuten zu zeigen, ich habe es können, du kannst es auch. Und je länger, dass ich es jetzt mache, desto mehr steckt es mich an. Weil auch die Leute, die Druckmeldung, die kommen, die Feedbacks, die kommen, so fest motivieren, dass du nicht mehr aufhören willst. Weil du weisst, genau dort, wo es hinwürdig springen, geht es hin. Und das ist echt schön. Also muss ich sagen, es ist wirklich eine coole Community geworden, die dort drin ist. Es ist wirklich ein Zusammenspiel geworden. Es ist nicht nur, dass ich etwas gebe, sondern ich komme auch einen Mehrwert über den anderen. Das ist echt lässig. Wenn wir schon bei diesen Rückmeldungen sind, gibt es da auch blöde Messages? Irgendwie so ein bisschen anzügliches Zeug oder primitives? Da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, habe ich vor kurzem eine Story mitteilt, ich habe nur anständige und respektvolle Feedbacks bis jetzt. Vielleicht ist es auch ein bisschen, wie ich mich gebe oder wie ich bin, weil ich bin eigentlich sehr, wie ich im echten Leben bin. Also ich nehme auch manche Storys auf, wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn es mir nicht gut geht. Und ich habe wirklich sehr, sehr anständige Leute drin, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann es auch fünf Finger abzählen, wie viele Nachrichten nicht gut waren. Das schätze ich auch extrem. Sehr cool, das freut mich natürlich auch für dich. Apropos Instagram oder Facebook, vor allem Instagram, ab und zu sieht man hier ein bisschen Sponsoring. Seid das von einer, wie sehen wir das? Supplement. Supplement, genau, das wollte ich sagen. Danke. Gerne. Wie sieht das aus? Ist das etwas, das sich für dich finanziell lohnt? Ist das einfach ein netter Zustupf? Ist das so eine Perspektive, das könnte noch mehr werden? Also, ich habe keine einzige Kooperation eingegangen, weil es aus einem finanziellen Aspekt war. Und alle haben eigentlich auch so angefangen, dass es mir nicht irgendetwas gebracht hätte finanziell. Für mich sind die Kooperationen, die ich habe, ausschliesslich, weil sie einen Mehrwert für die anderen bringen können, weil ich 100% dahinter stehe und weil ich so oder so in meinen Storys zeige. Also es hat eigentlich nur so einen Win-Win gegeben. Und beim einen Sponsor hat sich jetzt langsam mal das so ein bisschen eingependelt, dass es finanziell etwas gibt, aber das sind keine grosse Sprünge. Also das ist ein kleines Gute nebenbei, schön zu haben, aber wenn es jetzt morgen weg wäre, wäre es jetzt nicht irgendwie ein Drama. Das überhaupt nicht. Ich mache es wirklich eher, weil einfach die Zusammenarbeit mit den Firmen super ist und weil ich auch finde, dass es den Leuten etwas bringt. Und ich gehe auch wirklich nur Sachen ein, wo ich zu 110% dahinter stehe. Wie kommt man überhaupt zu so einer Partnerschaft? Ist das entstanden, weil du einfach das Zeug gepostet hast und sind dort Leute auf dich zukommen? Oder füllen die einem im Fitnessstudio ab? Oder wie sieht das aus? Also, 4 von 5 Kooperationen sind auf mich zukommen, weil ich sie gepostet habe oder weil sie von anderen Ambassadoren darauf aufmerksam worden sind, hey, das wäre noch etwas. Eine Kooperation, die, die sich jetzt langsam finanziell so ein bisschen, die habe ich angeschrieben. Dort ganz am Anfang. Und das ist auch so eine Kooperation, derer werde ich immer treu sein, weil sie einfach von Anfang an mich unterstützt hat und das in mir gesehen hat. Eben genau, das ist ja auch so ein bisschen ein Glauben an das, was du machst. Genau. Das ist auch schön zu sehen, manchmal. Genau, du hast es vorhin angesprochen, das ist trotzdem im Moment noch wie so ein Sackgeld. Nebendran schaffst du ganz normal und zwar für die FedEx TNT. Genau. Wie hält sich das in? Ich meine, das ist ein Kontrast zu deinem Fitnessprogramm, oder? Was machst du dort? Ich sitze im Büro. Genau, ich bin eigentlich Grosskundenbetreuer im Innendienst. Und es gibt sehr, sehr stressige Zeiten, wo der Tag so durch ist und dann gibt es die Zeiten, wo ein bisschen low sind. Und das Gym ist, glaube ich, genau mein Ausgleich. So ein bisschen, wo ich mich auspowern kann, wo ich nachher hingehe und meine Energie entladen kann, weil von dieser habe ich viel. Genau. Genau. Also das ist sicher auch ein Punkt, wo es ja auch gut ist und wo du wahrscheinlich selber spürst. Das ist, wie du sagst, ein Ausgleich auch zum Sitz, zu dieser Position, dass man einfach auch keine Haltungsschäden davon hat. Genau, definitiv. Würdest du uns in dem Sinne auch eigentlich allen empfehlen, oder? Gibt es Leute, wo du sagen würdest, die müssen jetzt nicht unbedingt ins Fitness gehen oder kann das eigentlich allen einen Mehrwert bringen, von dir aus gesehen? Also das Fitness hat in vielen Anspekten einen Mehrwert. Das kann jung bis alt eigentlich machen und wie du vorhin gesagt hast, auch beim Sitz oder so, du hast, du rückenstärken, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit im Büro und du kannst rückenübungen machen oder wenn du Verletzungen hast, kannst du sie ausgleichen mit dem. Ich kann mir nichts vorstellen, dem ich es nicht empfehlen zu einer gewissen Art. Es gibt natürlich eben, wie du vorhin gesagt hast, die Bodybuilder-Seite, dann die normalen und die etwas lower. Also es gibt vor allem eigentlich etwas. Und heutzutage gibt es ja auch mega viele Kürse zum Bau oder sonst etwas. Von dem her bringt glaube ich, jeder etwas. Also jedem etwas. Genau. Gibt es vielleicht auf der Nährung angesprochen noch einen Tipp, den du den Leuten mitgeben kannst, wie man vielleicht auch anfangen kann? Oder du hast vorhin gesagt, deine Mami hat eigentlich am Anfang so ein bisschen dir Tipps gegeben. Vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen weitergeben. Wie kann man diesen Einstieg schaffen, um zu sagen, die du jetzt konsequent gesünder ernähren? Also, das Wichtigste ist, dass man einfach im Kopf Klick gemacht hat, dass du weisst, was du möchtest. Und dann anfängst zum Beispiel, Süssgetränke durch Wasser mit Zitronen oder sonst irgendetwas, das jetzt ein bisschen kreativ zu sein. Und, dass du dir nicht von Anfang an alles verbieten kannst. Also du kannst ja nicht kommen und sagen, da und da und da und da esse ich nicht mehr. Sondern, zwischendurch darf es auch mal ein Berliner sein. Oder zwei. Nein, einfach so ein gesundes Umstellen, wirklich Step by Step. Und vielleicht mehr Gemüse als Kohlenhydrate. Ein bisschen weniger Reis. Dafür mehr Poulet. Ein bisschen so. Einfach so ein bisschen ungesündere, durch die gesündere Variante ersetzen. Aber mit ein bisschen Mass am Anfang? Ja. Alles immer ein bisschen mehr steiger. Sonst verleidet es dann auch sehr, sehr schnell wieder. Und so. Das denke ich. Machst du auch gute Routen. Wie sieht es heute oben aus? Gehst du nachher ein neues Fitness? Ich war heute Mittag. Momentan arbeite ich noch im Homeoffice. Und je nach Training, wo ich dann trainiere, geht es momentan, dass ich am Mittag trainieren kann. Und so habe ich die Übung dann frei. Ich kann ein bisschen ans Heegau oder sonst etwas machen. Jetzt bei dem schönen Wetter. Und das geniesse ich gerade aktuell sehr fest. Sehr fest. Also heute nicht mehr ins Gym. Genau. Das ist vielleicht auch noch gut zu wissen oder zu sehen. Das heisst nicht, man muss nachher jeden oben in diesem Fitnessstudio verbringen, wenn es draussen so schön ist. Man kann das auch ein bisschen schistieren. Definitiv. Definitiv. Und man soll sich ja auch etwas gönnen. Also wenn es jetzt mal Eistraining weniger ist, weil es jetzt einfach mega schönes Wetter ist, dann ist es halt einfach mal so. Das ist schön. Das ist doch auch noch ein gesunder Umgang mit dem Ganzen. Ja, ich würde sagen. Saskia, ich danke dir vielmals, du warst hier. Es war sehr interessant. Und ich wünsche dir in diesem Sinne noch ganz schöne restliche Tage, vielleicht am See oder sonst draussen in der Natur, ohne Training. Gleichfalls, danke. Und natürlich weiterhin auch viel Motivation, viel Erfolg bei dem, was du machst und dass du deine Ziele erreichen kannst. Danke, gleichfalls. Danke auch euch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer für das Interesse am SoTalk. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Habt's gut. Bleibt gesund. Macht etwas für eure Gesundheit. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann wieder. Ademina.